Wir setzen ganz, ganz stark auf die Vernetzung der unterschiedlichen Produkte, das heißt auf der einen Seite das Alarmsystem, klassische Alarmanlage, vernetzt mit dem elektronischen Zutritt, um auch möglichst hohe Komfortlösungen dem Kunden anbieten zu können und auf der anderen Seite auch das Thema Video zu integrieren, Videoverifikation, ich kann auf einen Blick sehen, was spielt sich in meinem Haus ab, so wie da zum Beispiel, ich sehe, was passiert in meinem Haus, ich kann von der Ferne mit Handy-App zum Beispiel die Türe öffnen, wir können zusätzlich auch mechanische Komponenten ins System integrieren, die dem Heimbrecher das Leben schwer machen und so können wir Gesamtlösungen dem Kunden anbieten, die hohen Komfort und hohe Sicherheit optimal vereinen. Wir haben hier unser Home-Tech Pro, das ist eine ganz einfache Nachrüstsicherung für die Hauseingangstüre, man hat zum Beispiel, so wie hier, das ganz normale Türschloss, auf der Innenseite wird eine Motoreinheit montiert, die mit jedem bestehenden Türschloss zusammenarbeitet, und so kann man zum Beispiel mit einer Fernbedienung vom Auto aus, wenn man aufs Krummstück fährt oder im Stiegenhaus ist, gleich die Tür aufsperren, dreht den Schlüssel und ich kann ganz einfach die Tür betreten. Ganz was Einfaches, man kann hier sehr, sehr leicht bestehende Türen nachrüsten und sollte man zum Beispiel lieber siedeln, nimmt man das mit und kann es in der nächsten Wohnung wieder montieren. Fahrradtippstall ist immer mehr ein Thema, was gibt es für neue Sicherungsmöglichkeiten? Ja, auch da haben wir uns was Neues überlegt und zwar das Fahrradschloss mit eingebaute Alarmanlage, so wie da, klassisches Fahrradschloss, sehr hohe Sicherheit und zusätzlich noch, wenn das Schloss bewegt wird, wird ein Voralarm ausgelöst. Sollte man weiter an dem Schloss handieren und es nicht öffnen, dann geht der richtige Alarm los und der schreckt sicher jeden möglichen Typ ab.